Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer recht herzlich. Der Jürgen hat ja bezüglich Straßenverkehrsordnung und Vorschriften ja schon alles erwähnt. Ich will auch, dass alle wieder gesund oben am Stökel ankommen und an Kaiserschömer gewissen können. Und der Sieg im Marathon-Kampf. Andreas Weidmann auf der Kaiserschömerkampagne. Das Nummer 815. Und hier 824. Bravo! Christian Hoffmann. Es war nicht am Baik. Auch, dass wir einen Baiker erwischen als Olympiasieger. Auf dem Untergrund war es auch wechselhaft. Zwischen Nassensteinen, trocken. Und jetzt am Schluss merken wir, es regnet, dann spritzt es gleich mehr ins Gesicht. Gut, das ist wurscht. Und von oben war es ja auch alles dabei. Also, außer extrem heiß. Aber es war schon am Anfang einmal warm und dann sonnig und dann das Zuzung. Und es war wieder sonnig und jetzt hat es geregnet, wie man wahrscheinlich da oben auch gemerkt hat. Ja, macht es interessant. Ja, habe ich nahe, die Beschilderung war gut. Ja, das hat passt. Jubel! 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 Meine Damen und Herren, damit sind wir fertig.